Und machen wir noch eine Runde von King of the Heath, mit meinem Buddy Jens. Viel Spaß dabei! Wo bist der Jens? Hinter dir. Im Gebüsch. Im Gebüsch, okay, bin ich weit weg vom Gebüsch. Ich hab Angst, dass ich irgendwie abgesnappt werde da. Ja, ja, das ist da ziemlich großes Gefahr. Probier mal was. Da ist er noch. Ja, du. Yes! 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 Ich hab ihn erwischt. So geil. Oh, es lächelt schon wieder. Ist nicht normal. Wir müssen das, glaub ich, mit den Städten ein bisschen fixieren oder so, und dass die nicht zerstört werden können, die Häuser. Durch das sind stehen, so der wird wegs. Jedes Mal. Ich sehe keinen Gegner. Es sind 1000 Gegner unterwegs, aber nicht so, dass ich sie sehen kann. Ich höre die ganze Zeit Schüsse, aber keiner von mir ist in der Nähe. Soll ich mich in den Tod stürzen? Soll ich? Nein, mach mal. Rein in den Tod. Scheiße, Alter. Das gibt's ja nicht. Oh, shit. Ja. Ich bin tot. Scheiße, Alter. Ich hab da einen im Visier. Der Herr Kanner hat mich erschossen. Ist der da in der Gegend, oder war der auf der anderen Seite? Oder keine Ahnung. In der Stadt drin. Irgendwo links von mir war der. Irgendwo auf der linken Seite. Ah, schade. Ah, ist kein besseres Scope. Na, 2000 hab ich schon wieder. Ah, ich klatsche mir jetzt bei ein besseres Visier, wenn ich das rauskomme. Mit dem kacken Visierer kann ich das nicht sagen. Jetzt hab ich ne PDB. Wie geil ist denn das, bitte? Träfte nicht. Träfte nicht. Träfte nicht. Blöden Gewehr da. Ja. Bei dem machen wir jetzt mal, ja. Munition. Und kommt... Oh, jetzt ist der Hälfte, kommt da auch hoch. Scheiße. Nee, da kommt die E extensor. Ich schauze. Nee, 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 nee. Nein! Was denkst du? Nicht ganz falsch. Das ist unser Schia. Und Jens, ich komm schon wieder. Yeah. Ich hab den nicht erwischt. Nicht und nicht. Wer noch? Da bist du. Das werde ich auch bei dir da in der Nähe rausjumpen. Wenn er circa dahin fliegt zumindest. Ich werde es versuchen, okay? Und... Jump out. Oh, das ist ein bisschen... Ja. Trotzdem 200 Meter. Gegeil. Der Flint... Bitte? Hast du schon weniger Chancen? Ja, ja. Aber jetzt gerade treffe ich überhaupt nichts mehr. Warte. Okay. Ja. Ja. Sniperst du, oder was? Nein, ich bin eigentlich da nur am... Warum, Luhmann? Ja, eigentlich... Weil es eigentlich nicht... Ah! Siehst du auf dich, oder was? Ach, jetzt haben sie mich erwischt. Ja. Ja. Ja, ich bin nicht so weit weg von dir. Ja, ich wollte ihn eigentlich schön wegscopen. Mit einem schönen Schuss, aber meine Flinte ist so ungenau. Wo waren wir? Wo waren wir? Vorne. Vorne sind zwei, drei. Ein Sniper und zwei Normale laufen vorne herum. Also Richtung... Was ist das? Da? Osten oder so? Oh! Oh, einen habe ich jetzt nicht mehr. Yes! Einer ist fort! Meta-Lock hat er wiederhört. Oh, Snipern kann ich gar nicht so schätzen, sozusagen. Mit dem normalen Skull. Ja, und der nächste? Mhm, du machst sie kalt, ich habe sie... Aber... Bei mir waren sie immer hinter der Ecke, so halb. Ja, das ist so laut. Ist auch nur ein Glückssack. Der eine ist rausgerannt, und der zweite wollten jetzt gerade re-riven. Und dann habe ich den Verdicht schon. Wie viele waren es? Drei, oder was? Drei waren es, ja. Dann müsste ja noch irgendwo einer so hervorrufen. Wenn einer kreucht und fleucht noch herum. Wenn einer kreucht und fleucht noch herum. Wow, da ist eine ganze Truppe. Heilige Kack! Wow! Das ist jetzt interessant. Die habe ich jetzt nicht erwischt. Ja, warum hupst denn du nicht, du Vollkoffer mit dem LKW, wenn du schon reinfährst? Ah, Flitztüte. Ja, ich habe die behinderte Waffe, die Standortwaffe. Ja. Okay. Und er schießt die mit der Waffe. Also, ist nicht schlecht, oder? So ungefähr. Ich habe auch schon einige umgenötet. Hinten auf der anderen Seite, bei den Steinen, ist nämlich auch cool. Da müssten wir es dahinter, nämlich. Da kannst du super cool absnapern. Ali vorn drauf. Irgendwo schön hingelegt. Da laufen sie die ganze Zeit vorbei. Kann sein, ja. Ja. Wenn sie den Parajumper, wenn sie jetzt gesehen haben, dann sind sie den gleich angreifend. So ist das. So ich die kenne. Ja, klar. Und er geht schon aus der Deckung raus. Wie ich es mir gedacht habe. Eigentlich diese andere Waffe da. Oder diese... Ring. 9mm. Spring, oder was? Ja. Long. Komm. Komm, komm. Komm..." 衣ろт, Tag noch mal. Komm, klچón. Komm, krallo. Komm, komm. Komm! Vielen Dank.